Die Goldbörse Es war einmal ein junger Hahn, der beim Kratzen auf dem Mist eine Börse fand, die voll schöner Goldstücke war. Stolz auf seinen Fund ging er mit seiner Börse im Schnabel davon, als er an einem Bauernhof vorüberkam und von der Bäuerin angerufen wurde, die ihn fragte, was er denn da forttrüge. Eine Goldbörse, erwiderte er. »Willst du sie gegen eine gute Handvoll gelber Körner eintauschen?« »Nein«, sagte der Hahn, »ich will sie behalten.« »Zu dem Korn gebe ich dir noch einen schönen Fladen aus schwarzem Korn.« »Nein, nein«, sagte der Hahn, obwohl er ein großer Feinschmecker war. »Na, wie du willst«, sagte die Bäuerin, »ich hätte dir noch eine dicke Scheibe warmes Hausbackenes Brot dazugegeben, welches gerade aus dem Ofen kommt.« Und da konnte der Hahn nicht länger widerstehen und willigte ein. Die Bäuerin gab ihm alles, was sie versprochen hatte, und bekam dafür die Börse. Als der Hahn in den Hühnerstall zurückgekehrt war, erzählte er seiner Familie von dem reichlichen Essen, welches er dank dem gefundenen Golde genossen hatte. »Ach, du Dummkopf«, sagte sein Vater zu ihm, »du hast ein Vermögen für einige Getreidekörner hergegeben. Eine Gans wäre weniger dumm gewesen als du. Geh, du bist unwürdig, ein Hahn zu sein. Komm mir nicht wieder vor die Augen ohne die Geldbörse, die du dummerweise eingetauscht hast.« Der kleine Hahn ging ganz beschämt fort, um seine Börse zurückzufordern. Und er weinte sehr, weil er sich dachte, dass man sie ihm ganz bestimmt nicht wiedergeben würde. Und als er so seines Weges ging, traf er einen Wolf, dem einmal bei einer Gelegenheit einen Dienst erwiesen hatte. Und er erzählte dem Wolf seine Geschichte und bat ihn, ihm doch zu helfen. »Ja, was muss ich machen?«, fragte der Wolf. »Kriech in meinen Bauch«, erwiderte der Hahn, der eine Idee hatte. »In deinen Bauch soll ich kriechen? Wie soll ich denn das machen?« »Verwandle dich in ein Getreidekorn, und ich verschluck dich.« Ja, dann nahm der Wolf die Gestalt eines Getreidekorns an, welches der Hahn alsbald in seinen Bauch beförderte. Etwas weiter begegnete ihm ein Fuchs, der, als er vernahm, dass der Hahn einen Wolf im Leib hatte, ihn nicht nur nicht fraß, sondern ihn sogar bat, mitmachen zu dürfen. »Darauf soll es nicht ankommen«, sagte der Hahn, »verwandle dich in ein Hirsekorn.« Der Fuchs verwandelte sich in ein Hirsekorn, und der Hahn fraß es. Der Hahn ging weiter und kam an einem Fluß vorüber, welcher ganz leise murmelt. »Wohin gehst du, Meister Hahn? Wohin gehst du, Meister Hahn?« »Ich will eine Goldbörse zurückfordern«, sagte Hahn, »die mir eine Bäuerin aus der Nachbarschaft weggenommen hat. »Wenn du mit mir kommen willst, gebe ich dir einen schönen, gelben Luido. Was muss ich tun?« »In meinen Bauch kriechen und, damit du das kannst, dich in ein Sandkorn verwandeln.« Der Fluß willigte ein und gesellte sich bald zu dem Wolf und zu dem Fuchs. Der so beschwerte Hahn gelangte an die Tür des Bauernhofs, stieg auf einen Holzklotz und fing an, aus Leibeskräften zu krähen. »Gebt mir meine Geldbörse wieder! Gebt mir meine Geldbörse wieder!« Der Bauer, der ein ungeduldiges Temperament hatte, sagte zu seiner Frau, »Dieser Hahn, der verdrießt mich!« »Ja, dann sperre ihn in den Stall, und morgen ziehen wir ihn auf den Bratspieß«, sagte die Bäuerin. Der Hahn ließ sich einsperren. Dann, als die Nacht gekommen war und sämtliches Vieh vor dem Heuhaufen stand, sagte er, »Gefatter Wolf, komm heraus aus meinem Bauch und lass es dir gut schmecken!« Der Wolf stürzte sich auf die Kühe, die Ochsen, die Ziegen, die Schafe und richtete ein fürchterliches Blutbad an. Nachdem er sich gründlich satt gegessen hatte, machte er sich vorsichtigerweise aus dem Staube. Am folgenden Morgen, als der Bauer in seinen Stall kam, fand er kein einziges Tier mehr am Leben. Der Bauer war verzweifelt, und seine Schreie und seine Klagen weckten alle Bewohner des Bauernhofs. Seine Frau kam als erste herbeigelaufen und gab dem Hahn Schuld an dem ganzen Unglück. »Meinst du?«, sagte der Mann, »nur warte ein wenig. Ich werde ihn zu den anderen Hähnen in den Hühnerstall sperren. Die werden es ihm schon geben und ihn nach Strich und Faden verdreschen.« Kaum aber war der Hahn in dem Hühnerstall, da sagte er, »Gefatter Fuchs, komm heraus aus meinem Bauch und eile mir zu Hilfe.« Der Fuchs kam heraus und schröpfte, rupfte und fraß das ganze Geflügel des Bauern. Dann machte er sich davon und lief dem Wolf nach. Man stelle sich den Zorn der Bauersleute vor. Als sie sahen, welch neues Unglück sich ereignet hatte. »Die Börse voll Gold reicht nicht aus, um all diese Verluste wettzumachen,« sagte der Bauer wieder und wieder. »Wir müssen diesem verfluchten Hahn so schnell wie möglich den Garaus machen,« antwortete die Frau, »und ihn, ohne länger zu zögern, in den Backofen stecken.« »Ja, stecken wir ihn doch gleich hinein,« rief der Mann und warf flammende Holzscheite in den Badeofen, »und wenn dir so zumute ist wie mir, Frau, dann stecken wir ihn lebendig hinein, um ihn für seine bösen Streiche zu bestrafen.« Die Bäuerin, die noch wütender war als ihr Mann, ergriff den Vogel und warf ihn in den Badeofen. »Fluß, Fluss«, rief der Hahn ganz schnell, »zu Hilfe, ich verbrenne!« Und von allen Seiten kam der Fluss geflossen. Er überschwemmte und überflutete nicht nur den Backofen, sondern den ganzen Bauernhof und seine Umgebung. Die Bewohner retteten sich eilends und suchten das Weite vor der immer weiter steigenden Flut, welche drohte sie zu ertränken. Der Hahn, der auf ein Dach geflogen war, lachte sich ins Fäustchen über diese ganze Verwirrung. Durch die offenstehenden Fenster drang er in das Bauernhaus ein, durchwühlte alle Schränke und fand schließlich seine Börse. Er baß er sich vor Freude, krähte aus Leibeskräften, »Ich habe sie, meine Geldbörse!« Dann flog er zu dem Hühnerstall seines Vaters und seiner Mutter zurück, übergab ihnen den Schatz und erzählte seine Abenteuer. Die Hühner auf dem Mist bogen sich vor Lachen, als sie diese Geschichte hörten. So erzählt man in der Bretagne. In alter Zeit geschah es, da seine Frau ihren Mann verlor, und dies bereitete ihr so großen Kummer, dass ihr Charakter, der immer gleichmütig gewesen war, sich verbitterte. Sie wurde launisch, wunderlich und wirklich unerträglich. Ihre einzige Tochter, die sie zu Lebzeiten ihres verstorbenen Mannes vergöttert hatte, wurde einmal in lächerlicher Weise verwöhnt und ein andermal zurückgestoßen und aus nichtigen Gründen bestraft. Ja, es kam sogar vor, dass die Frau ihre Tochter in brutalster Weise schlug, ohne dass diese sich vorstellen konnte, warum. Und eines Tages, in einem Anfall von Wahnsinn, befahl sie ihrer Dienerin, das Kind in einem benachbarten Walde spazieren zu führen, es dort vom rechten Weg abzubringen und es zu verlassen. Die Dienerin, ein furchtbar böses Weib, wünschte sich nicht so sehr, als ihre Arbeit zu verringern und war schnell bereit, die Befehle ihrer Herrin auszuführen. Sie brachte das kleine Opfer mitten in den Wald, ließ es lange laufen, um es zu ermüden und veranlasste es schließlich, sich unter einen Baum zu setzen, während sie vorgab, ihm Blumen pflücken zu wollen. Das Kind gehorchte, aber Stunden vergingen und die Dienerin kehrte nicht zurück. Auf den Tag folgte die Finsternis, die Wölfe heulten im Wald und Furcht bemächtigte sich der Armen Verlassenen, die zu weinen begann. Plötzlich erhellte ein Mondstrahl das Antlitz einer schönen Dame, die sich dem kleinen Mädchen näherte und zu ihm sagte »Weine nicht, ich bin die Fee, die bei dir Pate stand, als du zur Welt kamst, und ich eile dir zur Hilfe. Ich werde dich zu Hause zu deiner Mutter geleiten, aber sage ihr nicht, dass du mich gesehen hast.« Die Mutter, die ihre schlechte Tat vom Morgen schon bereute, empfing ihre Tochter voll Freude und fragte nicht einmal danach, wie sie ihren Weg durch die verschlungenen Pfade des Waldes hatte finden können. Aber ach, die Freude und die Liebkosungen, die sie ihr zuteilwerden ließ, wehrten nicht lange. Die schlechte Laune der bösen Frau gewann wieder die Oberhand und sie befahl der Dienerin von neuem, ihre Tochter ans Ufer des Wassers zu führen und sie in einen Fluss oder in einen Brunnen zu werfen. Und wieder wurden die Befehle genau ausgeführt. Das unglückliche kleine Mädchen wurde mit dem Kopf voran in einem Brunnen geworfen. Aber man stelle sich seine Verwunderung vor, als es auf dem Grund des Wassers eine Tür entdeckte, die sich ohne Schwierigkeiten öffnen ließ. Jetzt befand sich die Kleine im Hof eines prunkvollen Palastes. Sie ging hinein und bewunderte die Pracht der Möbel, der Bilder, der Juwelen, der Kunstgegenstände, die sich ihrem Blick boten. Dann gelangte sie in einen Raum, in dem große Unordnung herrschte, und sie legte alles schön an seinen Platz, wie sie es bei ihrer Mutter zu tun gewohnt war. Als sie mit dieser Arbeit beschäftigt war, ließ sich ein schwerer Tritt im Treppenhaus vernehmen und die Kleine hatte gerade noch Zeit, sich unter einem Sessel zu verstecken, als die Tür aufging. Ein riesengroßer Mann, jedoch von sanftem Aussehen, trat er rein und sagte, »Jemand ist zu mir gekommen und hat Ordnung in meinem Zimmer gemacht. Ist es ein Mädchen, dann heiße ich es willkommen. Ist es ein Knabe, dann soll er, wenn er bei mir bleiben will, mein Erbe sein, denn ich habe keine Kinder.« Durch diese Worte beruhigt trat die kleine Verlassene aus ihrem Versteck und zeigte sich dem Blick des Riesen, der einen Freudenschrei ausstieß und rief, »Das Patenkind meiner Frau!« Und sofort rief er die Fee, welche die Kleine, die sie schon einmal gerettet hatte, in die Arme schloss. »Bleib doch bei uns«, sagte sie zu ihr, »und wir werden alles tun, um dich glücklich zu machen.« Und die Kleine war einverstanden. Aber nach einiger Zeit wurde sie traurig. Sie langweilte sich und wollte ihre Mutter gern wiedersehen. Die Patin, die sie sehr liebte und ihr keinen Kummer bereiten wollte, führte sie zur Tür der bösen Frau. Diese wollte sich gerade wieder verheiraten und war sehr ungehalten, ihre Tochter wiederzusehen. Vor allem fürchtete sie, der Tochter wegen ihrer Heirat zu verpassen. »Komm her«, sagte sie zu ihr, »damit ich dich kämme, denn du hast es bitter nötig.« Und sie löste das herrliche Haar ihrer Tochter auf. Dann winkte sie dem Mädchen, ihr eine große Nadel zu reichen, die auf dem Kamin lag. Sie stieß sie mit einer Grausamkeit ohnegleichen in den Kopf des Kindes, welches auf der Stelle in einen herrlichen Vogel verwandelt wurde, der durchs Fenster davonflog. Er rettete sich in die Bäume der königlichen Gärten. Und als er einen Gärtner sah, der Rosen schnitt, sagte er zu ihm, »Guten Tag, schöner Gärtner.« Wie geht es dem König? Als der Mann diesen unbekannten Vogel sah, der des Wortes mächtig war und ein Federkleid hatte, welches schimmerte wie die Sonne, eilte er zum König, um ihm zu berichten, was er gesehen und gehört hatte. Der König glaubte, sein Gärtner hätte den Verstand verloren. Trotzdem begab er sich in den Garten, um sich selbst von den Tatsachen zu überzeugen. Der Vogel verstand es, ihm auszuweichen. Aber als er die Verzweiflung des Königs sah, setzte er sich auf seine Schulter, ließ sich streicheln und sogar in einen goldenen Käfig sperren. Der König wollte sich nicht mehr von seinem geliebten Vogel trennen und nahm ihn mit in sein Zimmer, wo er ihn frei herumfliegen ließ. Eines Tages, als er ihn streichelte, bemerkte er unter den Kopffedern etwas wie eine Nadel. Er zog sie heraus und siehe, vor seinen Augen vollzog sich eine Verwandlung. Anstelle des Vogels konnte er das entzückendste junge Mädchen bewundern, das er je gesehen hatte. Es erzählte sein Missgeschick und der König, der nicht müde wurde, ihm zuzuhören, beschloss, es zu seiner Königin zu machen. Der Hochzeitstag wurde festgesetzt. Die Fee zog zu ihrem Patenkind und half ihm bei der Wahl und der Ausführung der Festkleider. Nie hatte es eine schönere Braut gegeben. Und ihre Mutter, die sie in der Palastkutsche vorfahren sah, erkannte sie. Sie wurde so eifersüchtig auf das Glück ihrer Tochter, dass sie die Gelbsucht bekam, von der sie nicht geheilt werden konnte. So erzählt man in der Bretagne. Das Strandgespenst Auf der höchsten Stelle des Lok Irek, einer Landspitze, die sich ins Meer erstreckt, steht ein schwarzer Felsen, der alle anderen überragt. Es heißt, dass manchmal an stürmischen Abenden ein unheimlicher Schatten auf diesem schwarzen Felsen erscheint. Oben von dem Turm, dessen Ruinen noch stehen, war dieser Unglücksfels sichtbar, und man gewahrte sogar die Schaumkämme der Wogen, die sich dort brachen, wenn der Wind gegen die Küste wehte. Es ist lange, sehr lange her, seit Boa Aeon keinen Herrn mehr hat. Der Letzte kam um, weil er einmal das Strandgespenst vergessen hatte. Woher kam dieser böse Geist? Weder mein Vater noch Jolu, mein lieber Mann, haben es mir sagen können. Ich aber, da ich nachts zu viel nachdenke, um Schlaf zu finden, glaube, dass das Gespenst von Lok Irek eine Seele in Not ist, die Seele eines früheren Seeräubers, der bei einer gotteslästerlichen Plünderung ums Leben kam. Was mag er wohl auf diesem schwarzen Felsen erwarten? Das Austrocknen des Meeres oder den Tag des jüngsten Gerichts? Gott möge sich seiner Seele erbarmen. Ave Maria. Der Herr von Boa Aeon hatte eine Frau, die war gut und gottesfürchtig, wie eine Heilige des Paradieses, ein wahrer Schatz an Barmherzigkeit. Unglücklicherweise aber war der Herr ein wilder Spieler und liebte den Fischfang mit erstaunlicher Leidenschaft. In einer kleinen Bucht des Lok Irek hatte er die besten Barken des Landes verankert, und es hieß, daß seine wunderbaren Fischzüge das Ergebnis eines Paktes waren, den er mit dem Gespenst des Strandes geschlossen hatte. Dieses gab ihm die Stellen an, wo er seine Netze werfen mußte. So fing er schöne Fische, kostbare Fische, deren Augen feine Perlen waren. Aber sobald der Fischzug beendet war, legte der Herr in eine Höhlung des schwarzen Felsens die Hälfte aller Fische, die er gefangen hatte. Eines Abends indessen war eine große, schöne Gesellschaft ins Schloss geladen. Die jungen Herren und Damen plauderten, lachten und tanzten, während die Leute, welche das Alter vernünftig machen sollte, tranken oder spielten. Die Versammlung war sehr lustig, als ein Fremder, den niemand kannte, in den Saal trat. Die Damen mit ihrem scharfen Blick konnten bei seinem Anblick einen Schauder nicht unterdrücken. Aber da er herrlich in rotem Samt gekleidet war und da er eine dicke, goldene Halskette trug, empfing ihn der Herr von Bois Aon als Edelmann und auf einen Platz weisend, den der letzte Spieler gerade verlassen hatte, rief er, »Gefällt es euch, mit mir zu spielen, gnädiger Herr?« »Alles, was euch gefällt, Herr!« Dies ganze Gold, wenn ihr wollt, ein furchtbares Spiel begann. Der Herr von Bois Aon verlor. Er wollte Revanche und verlor wieder. »Du, Page«, rief er, »hol mir die tausend Louis-Dors, die im Westturmin meinem Geldschrank liegen.« Der Page brachte die tausend Louis-Dors, welche bald verspielt waren. Die Augen des Verlierers blitzten, furchtbar wild, während die des Fremden Blitze schleuderten. Schon waren die entsetzten Damen Geflüchteten, hatten die arme Schlossfrau mitgenommen, die bleich war wie eine Tote. Nur zwei, drei alte Spieler blieben noch in dem großen Saal zurück, Zeugen des Spiels der Verdammten. Da rief der Herr von Bois Aon mit furchtbarer Stimme, »Mein Schloss gegen das ganze Gold, das du mir abgenommen hast.« Und er verlor wieder, und er bebte, als er sich mit dem Roten allein sah. »Ich könnte dich hier hinausjagen,« sagte dieser Dämon zu ihm, »und ich werde es tun, es sei, es sei, du unterzeichnest dieses Pergament mit deinem Blut. Gut, in einem Jahr, genau an dem gleichen Tag, komme ich hierher, um die tausend feinen Perlen in Empfang zu nehmen, zu deren Zahlung du dich verpflichtest, dem Gespenst. Und wenn die Zahl nicht voll ist, werde ich dich hinausjagen, wie einen Bettler. Und darauf verschwand der Rote durch den Kamin. Indessen betete die Dame von Boaeon, die sich in ihr Betzimmer zurückgezogen hatte, zu Jesus und flehte ihn, ihren Gatten doch zu erlösen. Das Fenster, das auf den großen Wald hinausging, war offen. Da blieb eine arme Bettlerin am Fenster stehen und bat um ein Almosen. Die gute Dame legte ihr ein Goldstück in die Hand und sagte zu ihr, es kann eine Zeit kommen, arme Frau, da ich wie ihr um Almosen betteln gehe. Nein, nein, antwortete die Bettlerin, die Heiligen des Paradieses werden euch nicht betteln lassen. Nehmt dieses Stück des wahren Kreuzes, es ist ein Talisman gegen die Fallen des schwarzen Engels. Und sollte ein großes Unglück euch heimsuchen, dann legt es neben das Kruzifix auf die Stelle der Wunde und ihr werdet erlöst sein. Und dann entfernte sich die Bettlerin, aber es schien der Schlossfrau, als ob dort, wo sie vorüberging, ein Licht den Wald erleuchtete. Schnell verfloss das Jahr. Der Herr von Bois Eon sah aus wie ein Besessener und versäumte nie an den Gewitterabenden auf den Fischfang zu gehen, aber das Ende der Frist mit Blut auf das Pergament geschrieben nahte, mit großen Schritten und die Zahl der Perlen war erst zur Hälfte erreicht, denn der Herr hatte nie verabsäumt, mit dem Gespenst zu teilen. Endlich am Vorabend des verhängnisvollen Tages, nach einem guten Fang, mit vollem Netz, im Augenblick, da er auf den schwarzen Felsen steigen wollte, wo die Teilung gewöhnlich stattfand, rief unser Fischer, wehe mir, tausendmal wehe mir, warum teilen, noch einen solchen Fang, und wenn ich alles behalte, ist meine Summe vollgespenst, mein Freund, morgen, morgen werden wir teilen. So sprach der Herr und stieg wieder in sein Boot, trotz des Unwetters, das noch heftig ertobte, hisste die Focksegel und zog die Segeleinen fest, die Wogen waren furchtbar in diesem Augenblick, ist ganz gleich, rief der Herr, das Meer oder die Perlen, und die Barke schoss davon wie eine entsetzte Seemöwe. Beim letzten Schlag der Mitternacht ließ ein gewaltiger Hammerschlag das Haus erzittern. Die Dame von Moireon in Unruhe ihres Gattenwegen betete voll Gottesfurcht in ihrem Betzimmer. Plötzlich erhellte ein Feuerschein den kleinen Raum und die arme Dame sah den roten Mann persönlich vor sich. Was wollt ihr? fragte sie mit leiser zitternder Stimme. Der Rote zeigte ihr auf dem Pergament die Unterschrift ihres Gatten, die aussah wie ein Blutfleck. Euer Herr ist tot, sagte der Dämon zu ihr, tot und ertrunken auf dem Strand von Lockireck. Gebt mir die tausend Perlen, die er mir schuldet, oder verlaß dieses Schloss, das mir gehört. Die unglückliche Frau warf sich ihm zu Füßen, flehte ihn weinend an, gab ihm Schmucksachen und das wenige Gold, das sie besaß, dieser bereizte den Grausamen nur noch mehr. Da sah die verzweifelte Witwe, als sie die Augen zum Kruzifix erhob, das Stückchen des wahren Kreuzes. Sofort legte sie es neben Christus und sagte, mein Gott, hilf mir. Und im gleichen Augenblick erfüllten Wolken das Zimmer. Die Jungfrau Marie und zwei schöne Engel hoben die heilige Frau von Boa Aeon, die zu schlafen schien in den Himmel. Der Rote war nicht mehr da, wie ihr euch wohl denken könnt. Er war dorthin gegangen, wo er hergekommen war, fünfhunderttausend Fuß unter die Erde, und alle, die am folgenden Morgen nach Boa Aeon kamen, fanden dort nur noch die Ruinen, die ihr heute noch sehen könnt. So erzählt man in der Bretagne.